Musik Jo, Leute herzlich willkommen zurück zu Lucky Rush Heute spiele ich mit Basti und mit 64 Fantasia Lucky Blocks Das ist eine Folge aus dem Stream, die habe ich mit aufgenommen Ich wünsche euch viel Spaß So Oh, nein, fuck Haben ein bisschen gefehlt Kommt vor, kommt vor, kommt vor Also, tschüss Du Hatsch gefehlt, ja, geil Ja Oh, lol 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 Fuck Lol Dead I'm a Albert raus Nein Leck 2 Achso, hast du schon, nice Was? Ah Ah Fuck Wee, wee, wee 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 kas Zieh Les Schnell we Ich muss hier flüchten, meine Base ist voll des Chaos Guck dir das an Ah Help mir Hilfe Health Jans Was Der Verteidiger in die Mitte, der Drecksack. Boah. Och nö. Max, das kann ich so nicht dulden. Ja, mach. Boah. Aha. Lol. Hast du Enderperlen oder diese Warpperlen? Wirst du gleich sehen. Alter, das ist meine Taktik, um nicht abzufacken. Die Warpperlen benutzen. Trigger. Ja, nein. Ich war noch auf der Wolle draus. Ich hab's gesehen. Ah, ich reine allein. Wasser, löscht mich. Ja, ja, ja. Ja, geil. Oh, ja, schlägt dir. Ja, Hammer. Okay, was ist das? Okay. Komm schon. Ich brauch mehr von dem Stuff. Hä, was ist das? Oh, Leg. Was Rüstung angeht, hab ich, glaub ich, kein... Was soll denn das? Warum hab ich so viele davon? Oh, nice. Ey, darf ich mal Leg 1 machen, kurz? Mach halt schnell. Die beste Rüstung, die ich habe, ist so eine Kettenrüstung. Slash, Leg 1. Mach schnell, mach schnell. Hilfe. Hallo? Boah, Alter. What the fuck? Jetzt geht's wieder, wenn man abonniert, es wird angezeigt. Master King, Milan Pamubicevic und Janik AMK haben abonniert. Dankeschön für euren Support. Jetzt geht's wieder. Nice. So. Danke für euer Abo. So. Alter. Hä, lol. Ah. Fuck. Alter. Hä? Ja. Ein bisschen was. Nein. Aua. Hä? Nein, das brennt. Warum brennt das? Äh. Fuckedoodle, du. Alter. Okay. Nee. Fuck, welche Rüstung nehme ich denn? Das ist viel zu heftig. Boah. Komm her. Hey, gib mir den Staff. Ja, ich habe es bekommen. Gut. Was? Was? Oh, hi. Ein Lucky Villager. Nee, ich habe keine Diamanten. Boah, alter. Habe ich mit dem Knockback? Nein, aber mit dem habe ich einen Knockback. Dann nehme ich doch das. Ah. Dieses Scheißfisch hat mich gekillt. Alter, Max. Hä? Ich habe einfach nur Scheiße. Ja, Kacke gelaufen, wa? Ich habe richtige Kacke. Alter. Ein Kohleblock. Oh. Die Rüstung gut. Ich weiß es nicht. Probier was aus. Oh, sie gibt mir Shampoos. Zwei. Yey. Okay. Rite me. Max, reite mich. Äh, nee. Das habe ich jetzt nicht. Nein. Ich sitze auf dem Schwein. Nein, ich reite dich sicher nicht. Max, reite mich. Ach, fuck. Das war spart. Äh, nein. Nein, nein, nein. Nein. Was hast du getan? Nein. Professor Doktor Doktor Klaus. Vielen Dank für dein Abo. Freut mich. Dankeschön. Wow. 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 Was war das? Was war das? Junge. Was war das? Warte kurz. Ich gucke das gerade im Stream nach. What? Alter. Will er mich trollen? Oh, war das geil. Junge, was war das? Alter. Wow. Du Penner, Alter. Max? Hä? Fuck. Yo. Habe ich die runtergehauen? Verdammt. Da hinten kannst du nicht wirklich viel Schaden machen. Hups. Loll. Du Sack. Ja gut, da ist sie jetzt schon mal nicht auf der anderen Seite. Ähm. Ich muss meine Wolle kurz neu setzen. Als ob. So. Ne, eh nicht. Doch. Dreh dich mal um, bitte. Fein. Wie? Ich muss meine Wolle neu setzen. Du siehst ja jetzt, wo ich sie hinsetze. Achso, ja, okay. Drehst du dich auch wirklich? Ja, kannst du im Video später nachgucken. Drehst du dich wirklich um? Max? Wehe. Du drohst mich doch eh nur, Alter. Nein, warte kurz. Ich bin jetzt wieder Game Out Null. So. Darf ich? Danke. Boah, ey. Das jetzt. Max? Was? Kannst du das nicht zulassen? Was? Nichts. Bist du schon wieder hier? Ja. Pissing mal. Pissing mal. Pissing mal. Ja, pissing mal. Ja, pissing mal. Verdammt, woher hat er die hingesetzt? Ah! 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 Ja! Ey, was ist das für eine Runde? Ah! Oh, Mann, ey. Ich bin hindert. Alter, ich komme gar nicht raus hier. Max, Mann! Ah! Ich bin einfach so runtergefallen. Jo, vielen Dank an Genaumitte für 2 Euro. Kann ich mitzocken? Nein, hier sind Mods drin, die nicht öffentlich sind. Und von daher kannst du dann auch nicht auf den Star... Nein! Verdammt! Deine Wolle ist weg. Was? Deine Wolle ist weg, Bro. Hä, kann nicht sein, da habe ich sie nicht hingestellt. Doch, hast du. Kann echt sein. Halt die Schnauze! Das kann nicht sein, das war nicht meine Wolle. Kannst du mich trollen, Alter? Oh, wie er jetzt einfach wegrennt. So, gehen wir mal auf die andere Seite. Ah! Fuck! Komm, komm, komm! Tschuuu! Tschuuu! Aber... I have to beeil mich. Wenn ich... Äh... Me too? Hahahaha! Alter! Nein! Aber so schnell kann es gehen, hier in Lucky Rush, Leute. Fuck, der ist da schon! Ich habe verworfen, fuck it! Ich habe verworfen, fuck it! Oh, das wäre soo gut geworden! Das wäre mega der MLG-Move geworden! Nein! Nein! Ich habe verworfen, fuck it! Oh, das wäre soo gut geworden! Fuck, der ist da. Wow, Alter! Jetzt gibt es nicht slash kill. Mann! Hätte ich dich noch erwischt, Mann! Ich habe Knockback. Fuck! Holy shit, Mann! Okay, was mache ich jetzt? Holy shit, Mann! Ey, das ist eine extrem witzige Runde gerade. Auch die letzte Runde war so geil. Vor allem, was mache ich jetzt? Hä, wie? Ich muss Dinge aufmachen. Ich habe kaum noch Blöcke. Ohne Phantasia-Leggings! Nice! Nein, zuerst muss ich auch mal Phantasia-Leggings! Nice! Was ist da? Warte! Ach, schade, kein Knockback-Resistance. Krieg ich vielleicht noch? Ah! Dummer Bob, Mann! Ey! Das war so ultra-witzig, gell! Ja, alt, doll! Au! Fuck! Kann ich mal alles weg hier, weg! Lass mir jetzt auch mal hier Blöcke! Ah, Junge! Oh, da habe ich ja noch ein paar Blöcke! Vielleicht schaffe ich es jetzt in die Mitte! Nein! Ich habe wieder die verdammten Blitze! Was? Die unendlichen Blitze! Ach so! Au! Komm doch nicht weg! Nein! Der... Der... Die Wolle brennt! Fuck! Fuck! Ich bin entkommen! Nein! Hey, wie du bist entkommen? Mit was? Mit der Blitze! Ah! Ey, Junge! Verpiss dich, du Scheißschwein! Oh, nice! Das brauche ich! Komm her! Zack, zack, zack! Ah, Goddammit, Alter! Verdammt, Alter! Das brennt der ganze Weg! Oh, nein! So ein Scheiß! Die Blitze, oder was? Ja, ich habe doch mit Wolle... Du Arschloch! Bist bei mir! Hoch! Ähm, genau Mitte! Erstmal danke für deine drei Euro! Aber, äh, daraus wird leider nichts! Sonst müsste ich das mit jedem machen! Ah! Verpiss dich! Alter, wie viel hast du von denen noch? Ah! Du bist jetzt extra runtergefallen! Ist das dein Ernst? Damit du ruhig nicht killst, Daniel! Alter! Was soll ich machen, ne? Extra in den Tod springen, Mann! Junge! Was? Sag mir mal, was soll ich machen? Ich habe keine Chance gegen dich! Außer vielleicht... Jetzt... Wer weiß! Hä, was? Verdammt, er kommt! Ah, okay, er braucht eh nur Pi! Oh! Komm her! Komm in mein Inventar! Ja! Was? Ich baue dir gerade den Weg, Mann! Sei lieb! Mag's aus? Was? Hast du keine Enderperle mehr? Wer weiß! Die hebe ich mir auf, dass ich an dich rankomme! Ja, dann werf doch! Los! Nö! Uaaaaah! Nein! Yes! Ich habe dich noch erwischt! Woo! Wooo! 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 Bis zum nächsten Mal.